Verwenden Sie Lexis Austria mit dem Registrierkassenmodul, so wird von nun an bei Erstellung einer Rechnung automatisch ein Beleg mit ausgedruckt, sofern die Saldierung auf Bar oder Bankomat eingestellt war. Sie sehen in der Sicht Belege die Liste aller bisher erstellten Belege. In der Detail Sicht Beleg sehen Sie zu dem ausgewählten Beleg die zugehörigen Details. Sie können natürlich auch manuell Belege erstellen. Klicken Sie dafür einfach auf das Plus-Symbol und erstellen Sie einen neuen Beleg mit Ihren gewünschten Positionen und Eingaben. Wurde ein Beleg fälschlicherweise erstellt, so können Sie diesen Beleg natürlich auch jederzeit stornieren. Das Stornos Belegs erfolgt über das Kontextmenü, das Sie mit der rechten Maustaste erreichen. Wurde ein Beleg storniert, so wird automatisch ein entsprechender Stornos Beleg zu diesem Beleg angefertigt. Wurde ein Beleg. Wurde ein Beleg. Wurde ein Beleg. Wurde ein Beleg.